Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal ganz was Positives erzählen. Wie ich es im ersten Video berichtet habe, haben wir hier bei uns in Jörg eine Art Nachbarschaftshilfe, ein Hilfsprojekt in Jörg gegründet. Und ich seh's mir nach, als Pastor sage ich, es ist ein kleines Wunder hier in Jörg entstanden. Bis heute sind es über 50 Interessierte, die gesagt haben, wir sind bereit zu helfen. Wir sind bereit, für Hilfsbedürftige einkaufen zu gehen, für sie Medikamente zu besorgen. Ein Mädchen sagt, ich würde auch Gassi gehen mit dem Hund. Also ganz tolle Beispiele. Und quer durch alle Generationen, die Bekannte, Unbekannte wollen helfen. Und was ich sehr schön fand, ein Lob auf unsere Jugend. Manche Konfirmanden, die manchmal mit Geduld auch etwas strapazieren, haben gesagt, wir helfen gerne mit. Querbeet, also keine Schelte auf die Jugend. Ich erlebe sie sehr verantwortungsbewusst und bereit zu helfen. Viele kleine Räder, die helfen, das große Rad der Nächstenliebe in Gang zu setzen. Besonders erfreut war ich auch, dass unser langjähriger Jörg-Hausarzt Dr. Sebastian Kepplinger gesagt hat, er steht als medizinischer Berater telefonisch zur Verfügung. In dem Sinne, ich danke euch ganz herzlich. Es berührt einen, was doch alles in diesen Krisenzeiten an Mitmenschlichkeit möglich ist. Weiter so bleibt behütet, euer Paul Henke.